Hallo Magitex-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mit einer kompletten Displaybox der Bundesliga Magitex Extra Cards zur Saison 2019-20 von Topps. Und damit begrüße ich euch zu diesem neuen Collectors-Video, in dem wir uns heute eine komplette Displaybox der neuen Bundesliga Magitex Extra Cards von Topps zur aktuellen Saison 2019-20 anschauen wollen, wann immer sie auch fortgesetzt werden mag. Die Unterbrechung hält uns aber natürlich nicht weiter vom Sammeln ab, eigentlich auch das Beste, mit dem man die freie Zeit zu Hause verbringen kann. So, wir schauen uns das Display mal kurz von allen Seiten an. 10 Karten sind in jedem Booster, der kostet 2 Euro, hat sich eigentlich nichts geändert im Vergleich zur Vergangenheit, 20 Päckchen sind in dieser Box. So, der Blick kurz auf die Unterseite und dann können wir sie mal aufmachen. So, ihr seht's, da ist auch noch ein kleines Poster für den Handel mit drin. So, und da haben wir unser Booster. Das Poster will ich euch natürlich nicht vorenthalten, für alle, die es interessiert. So, schön zum Aufklappen und ihr seht's, hier erhältlich alle drei Magitex Booster aus dieser Saison. Hauptkollektion, Action Kollektion und die jetzt neue Extra Kollektion. Im Idealfall hat ein Händler natürlich alle da. So, dann können wir eigentlich loslegen. Vielleicht kurz zu Beginn der obligatorische Blick auf die Rückseite eines solchen Boosters. 206 Sammelkarten hat die Extra Kollektion. Bundesliga, Trios, Kapitäne, Superstars und Torjäger finden wir jeweils einen pro Päck. Die Matchwinderkarten in rund jedem zweiten Päckchen und die eine Club 100 Karte sollte sich in jedem 20. Päckchen befinden. Also eine müssten wir auf jeden Fall ziehen und mit Glück eine limitierte Karte. Es ist also nicht mehr garantiert von Tops, eine limitierte Karte zu ziehen. Das ist der kleine Unterschied zu früheren Saisons und wir beginnen mit den Kader-Updates. Joao Victor für Wolfsburg. Dann haben wir Sebastian Meier für den VfL Bochum. Moritz Heyer im Auswärtstrikot des VfL Osnabrück. Robin Zentner für den FSV Mainz 05. Marvin Hitz im Tor des BVB. Mark Stendera im Auswärtstrikot von Hannover 96. Martin Freisel als Kader-Update von Sandhausen. Dann haben wir noch Sages Adamian für die TSG aus Hoffenheim. Und da ist unsere erste Special Card mit dem Offensiv-Trio von RB Leipzig. Samitzer, Pausen und Werner mit einem starken Angriffswert von 94. Und darunter ist noch eine weitere Special Card mit Ibrahima Konaté, ebenfalls RB Leipzig. Das ist also sehr passend zusammengepackt. Die Trio und die Match-Winner-Karte von Leipzig in einem Päckchen. So, und auch hier drehen wir wieder vorher. Dann beginnen wir mit Itter von Freiburg. Dann Lunas Wahlquist im Auswärtstrikot von Dresden. Ken Reichel, Auswärtstrikot Union Berlin. Georges Meret von Köln. Dann haben wir Michael Cuisance jetzt bei den Bayern. Jonathan Klaus im Auswärtstrikot von Bielefeld. Dann haben wir Marco Engels für Sandhausen. Munas Dabur von Hoffenheim. Dedrick Boyata im Auswärtstrikot der Hertha. Und da ist unsere erste Kapitänskarte mit Oma Mascarelle von Schalke 04. So, nächstes Päckchen. Das wehrt sich ein bisschen. Nehmen wir halt einfach die andere Seite. So, wir beginnen mit Michael Grigoritsch für Schalke, Dani Blum, Bochum, Tim Kleindienst für Heidenheim, Felix Udukay für Augsburg, Amadou Haidara für Leipzig. Und da ist die Bestmarkenkarte für Robert Lewandowski. Und die Bestmarke war so gut, dass sie hier ganz klein auf die Karte gedruckt ist. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Da musste jede Menge Text untergebracht werden. Dann haben wir Fynn Olebeke für St. Pauli. Karim Bellarabi im Auswärtstrikot von Leverkusen. Das Offensivtrio von Borussia Dortmund mit Sancho Brandt und Hazard. Und die Matchwinner-Karte von Dominik Drexler vom 1. FC Köln. So, es geht ans nächste Päckchen. Und das beginnt mit Jérôme Roussillon vom VfL Wolfsburg im entsprechenden Auswärtstrikot. Dann nochmal Auswärtstrikot mit Philipp Riese von Aue. Dann haben wir Niklas Schmid von Osnabrück. Alexander Haack von Mainz. Aschraf Rakimi im Auswärtstrikot der Dortmunder. Dann haben wir Paul Seguin im Auswärtstrikot von Fürth. Michael Frey für Nürnberg. Lukas Klünthe für die Hertha. Davi Klaassen im Bremer Auswärtstrikot. Und als Special Card haben wir das Offensivtrio von Hoffenheim mit Bibu, Kramaric und Adamjan. So, nächstes Päckchen. Beginnt mit Timothy Chandler von der Eintracht. Dann haben wir Al-Ghadoui von Stuttgart. Dann Barku im Auswärtstrikot von Kiel. Eimann Barku für Düsseldorf. Leiner im Auswärtstrikot von Mörtchen Gladbach. Dumic für Darmstadt. Grosorek im Auswärtstrikot des Karlsruhe SC. Dann haben wir Luca Kiljan für Paderborn. Jürgen Lokadia für die TSG aus Hoffenheim. Und da ist nach den ganzen Offensivtrios jetzt mal ein Defensivtrio von Paderborn mit Dräger, Hünemeyer und Collins. So, es geht ans nächste Päckchen. Und das beginnt mit Nico Schlotterbeck für Freiburg. Dann haben wir Ganvula im Auswärtstrikot von Bochum. Giraldo Becker für Union Berlin. Dann Anthony Modest im Auswärtstrikot der Kölner. Jan Vieter-Arb für den FC Bayern. Joachim Nitson für Bielefeld. Daniel Bubala für den FC St. Pauli. Julian Baumgartlinge, Leverkusen. Und da ist unser erster Saison-Superstar mit Robin Quaisson vom FSV Mainz 05. Und auch hier ein richtig schicker Hintergrund-Effekt. Seht ihr, wenn ich die Karte so ein bisschen bewege. Und das war's noch nicht. Darunter kommt noch Mats Hummels als Matchwinner für Dortmund. So, das hat's hier. Richtig gelohnt, das Päckchen. Bauen wir hier nochmal mit ein. Und dann geht's weiter mit dem nächsten. Hier befinden wir Matondo von Schalke. Dann Martin Haneck für den HSV. Geipel Regensburg, Ruben Wagers, Augsburg Ampado für Leipzig. Dem Skarke im Auswärtstrikot der Darmstädter. Direkt noch eins hinten drauf mit Maximilian Dittgen im Auswärtstrikot der Wiesbarnner. Und das dritte mit Johannes Geis im Auswärtstrikot von Nürnberg. Dann haben wir nochmal eine Base-Card mit Milos Vekovic. Und unsere Special-Card ist diesmal eine Kapitänskarte mit Lars Stindl von Borussia Mönchengladbach. So, nächstes Päckchen beginnt mit Camacho von Wolfsburg. Dann haben wir Krüger von Aue, Konstantin Kerschbaumer von Heidenheim, Pierre Gabriel von Mainz, Marcel Schmelzer Dortmund, Marvin Duxch für Hannover, Klaus Jasula für Paderborn. Dann haben wir Arnemeier für die Hertha, die Kapitänskarte von Niklas Moisander von Werder Bremen. Und Ivan Perisic als Matchwinner für den FC Bayern. So, nächstes Päckchen beginnt mit Sebastian Rohde von der Eintracht aus Frankfurt. Dann haben wir Daniel Didavi, Auswärtstrikot Stuttgart. Vandeberg für Kiel, Erik Tommi Düsseldorf, Laszlo Bennis, Gladbach. Reinhold Jarbo für Bielefeld, Stiefle für den KSC. Aziz Buadus im Auswärtstrikot der Sandhäuser. Und dann haben wir noch ein Auswärtstrikot mit Sebastian Rudi für die TSG aus Hoffenheim. Und da ist unser zweiter Saison Superstar mit Charles Aranguiz von Bayer 04 Leverkusen. So, letztes Päckchen des ersten Stapels. Und das beginnt mit Christian Günther im Auswärtstrikot der Freiburger. Dann haben wir Jeremiev für Dresden. Kevin Schlotterbeck, Union Berlin, Jakobs für Köln. Javi Martinez für die Bayern. Stefan Aigner für Wiesbaden. Christian Martenja für Nürnberg. Dann Daly Sinkraven für Leverkusen. Robert Lewandowski als Torjäger für die Bayern. Und dann haben wir noch Marvin Friedrich als Matchwinner von Union Berlin. Erste Torjägerkarte, dafür hat es einen ganzen Stapel gebraucht. Mal schauen, was uns in Teil 2 dieses Unboxings erwartet. Wir beginnen mit Bujelab für Schalke. Dann haben wir Kinsombi für den HSV. Okorocci für Regensburg im Auswärtstrikot. Dann haben wir Marco Richter, Auswärtstrikot Augsburg. Und es geht weiter mit Auswärtstrikots. Und ein Kuckuck für Leipzig. Dann haben wir Rigota für die Spielvereinigung Kreuter-Fürth. Jannik Huth für Paderborn. Marius Wolf für die Hertha. Müttenkurt für Bremen. Und das Defensiv-Trio der Eintracht mit Abraham Hinterecker und Dicker. Beschließt dieses Päckchen. Und ihr seht schon, alle Special-Cards werden wir nicht auf den Tisch bekommen. Dafür sind es in dieser Extra-Kollektion zu viele. Aber ich finde das ehrlich gesagt ganz gut, dass wir ein bisschen mehr Glanz- und Glitzerkarten haben, als das bei den ersten beiden Teilen der Bundesliga-Match-Attacks-Kollektion der Fall war. André Siver macht den Auftakt ins nächste Päckchen. Dann haben wir Holger Badstuber. Manon Busch im Auswärtstrikot der Heidenheimer. Dann haben wir Marc Uth für Köln. Ben Zibani für Gladbach. Stritze für Darmstadt. Christopher Averbo im Auswärtstrikot von St. Pauli. Dann haben wir Paulinho für Leverkusen. Den Saison-Superstar Jamilu Collins von Paderborn. Und darunter haben wir die Club 100-Karte von Wout Wechhorst vom VfL Wolfsburg. So, die haben wir also schon mal gefunden. Was es noch bräuchte, wäre jetzt unsere limitierte Karte. Aber wir machen zunächst mal ganz normal weiter und lasst uns einfach überraschen. Nincenzo Grifo von Freiburg. Dann haben wir Horvath von Dresden. Lenz Union Berlin. Kubek Augsburg. Coutinho im Auswärtstrikot der Bayern. Niemeyer für Wiesbaden. Tide für den KSC. Kevin Vogt für Bremen. Wieder ein Saison-Superstar mit Marco Grujic von der Hertha. Und noch ein Matchwinner mit Matthias Zimmermann von Fortuna Düsseldorf. So, jetzt hilft es sich. Jetzt muss ich mal anfangen, drüber zu packen. Oh, und da ist unsere limitierte Karte. Christian Gentner von Union Berlin. Die LE 38. Somit haben wir auch den Treffer gelandet. Und unsere weiteren Karten sind Sanif Sané im Auswärtstrikot der Schalker. Tim Leibold, Auswärtstrikot Hamburger SV. Palacios für Regensburg. Bötzius, Auswärtstrikot Mainz. Patrick Schick für Leipzig. Saabreich, Reuterfürth. Stredi Bamba im Auswärtstrikot von Paderborn. Dann haben wir Boyata, Auswärtstrikot Hertha und Gila Wugi als Kapitän der Wolfsburger. So, fangen wir einfach mal wieder hier auf der Seite an. Und steigen ein in den nächsten Booster. Mit Itter von Freiburg. Dann haben wir Baumgart von Aue. Amenido von Osnabrück. Dann haben wir Eihahn im Auswärtstrikot der Düsseldorfer. Ups, jetzt rutscht hier ein bisschen durcheinander. Erling Haaland für Borussia Dortmund. Marcel Franke für Hannover 96. Marco Engels Sandhausen. Dabur für die TSG aus Hoffenheim. Und dann haben wir die Kapitänskarte von Fortuna Düsseldorf mit Oliver Fink. Und die Matchwinner-Karte von Werner Bremen mit Theodor Gibrisselassi zum Abschluss dieses Päckchens. So, irgendwie eine interessante Mischung. Nachdem wir am Anfang nur Trio-Karten hatten. Jetzt sind die Kapitäne in der Überzahl. Und es geht weiter mit Grigoros für Schalke. Andersson als Bestmarkenkarte für Union Berlin. Dann haben wir Joa von Kiel. Meret vom 1. FC Köln. Janschke Gladbach. Dann nochmal die Bestmarkenkarte von Lewandowski. Jonathan Klaus im Auswärtstrikot von Bielefeld. Finn Olebecker für St. Pauli. Bellarabi im Auswärtstrikot für Leverkusen. Und Jadon Sancho als Saisonsuperstar der Dortmunder. Das ist jetzt auch interessant, dass wir beide Bestmarkenkarten, die es in der Kollektion gibt, in einem Päckchen hatten. So, weiter geht's mit dem nächsten. Und Roussillon im Auswärtstrikot von Wolfsburg. Dann haben wir Warquist, Auswärtstrikot Dresden. Ken Reichel, Auswärtstrikot Union Berlin. Udo Kai Augsburg, Kiesons für die Bayern. Paul Seguin, Auswärtstrikot Fürth. Frei für Nürnberg. Davi Klaas im Auswärtstrikot von Bremen. Oma Maskarel erneut als Kapitänskarte von Schalke. Wendel als Matchwinner von Leverkusen. Und das war's für dieses Päckchen. Und wir machen mit dem nächsten weiter. Und Timothy Schendler von Frankfurt. Danny Blum von Bochum. Kleidienst von der Hertha. Alexander Hack, Mainz 05. Hakimi, Auswärtstrikot Dortmund. Heidara für Leipzig. Dumic für Darmstadt. Luca Kejan von Paderborn. Dann haben wir Lukas Klünter von der Hertha. Und Daniel Bayer als Kapitänskarte des FC Augsburg. So, zwei Päckchen haben wir noch. Und das Vorletzte beginnt mit Schlotterbeck von Freiburg. Dann haben wir Riese im Auswärtstrikot von Aue. Niklas Schmidt für Osnabrück. Dann haben wir Barkhock für Düsseldorf. Leiner Auswärtstrikot Gladbach. Nilsson für Bielefeld. Großebreck im Auswärtstrikot des Karlsruher SC. Lucadia für die TSG aus Hoffenheim. Das Mittelfeldtrio hatten wir noch gar keins. Von Mainz 05, Baku, Kunde und Latza. Und darunter die Matchwinnerkarte von Bas Dost von der Frankfurter Eintracht. So, und wir kommen zum letzten Päckchen aus diesem Display. Und finden darin Matondo von Schalke. Al-Gadoui von Stuttgart. Baku, Auswärtstrikot Kiel. Modest, Auswärtstrikot Köln. Jan Vieterab von den Bayern. Dittgen, Auswärtstrikot Wiesbaden. Daniel Bubala, St. Pauli. Vekovic von Bremen. Baumgartlinge, Leverkusen. Dann haben wir noch Christian Strodig als Kapitänskarte von Paderborn. Und das war die letzte Special Card für die 20 Booster aus dieser Displaybox. Und wenn wir uns das jetzt mal betrachten, haben wir ein reichlich bunt funkelndes Bild auf dem Tisch. Sieht richtig klasse aus. Und ich muss sagen, die neuen Special Cards, die Tops zu dieser Extra-Kollektion gestaltet hat, finde ich persönlich richtig gelungen. Auch wie ich ja zwischendrin schon erwähnt hatte, dass es ein paar mehr davon gibt, als bei den beiden vorherigen Kollektionen. Was dadurch allerdings ein bisschen ins Ungleichgewicht geraten ist, ist die Verteilung zwischen Special und Base Cards. Denn wie ihr in den vergangenen Minuten ja sicherlich auch schon gemerkt habt, fing es schon an, sich bei den Base Cards massiv zu wiederholen. Und wenn man sich jetzt mal ausrechnet, dass man von den Trio-Karten, von den Saisonsuperstars, von den Kapitänen und von den Matchwinnern ja jeweils 18 Stück braucht. Und von den Torjägern, von denen wir gerade mal einen einzigen hier in diesem Display hatten, sechs Stück. Dann wird man gut und gerne drei bis vier Displays brauchen, um die Kollektion ansatzweise voll zu bekommen. Nachteil ist aufgrund der Verteilung, dass man die Base Cards aus den weiteren Displays fast direkt in den Müll schmeißen kann. Da jeder die mehrfach doppelt haben wird und sich eigentlich nur die Special Cards für einen Tausch mit anderen Sammlern eignen. Bisschen schade also, dass das Ganze so unnaßgewogen ist, da die Kollektion ansonsten wie gesagt optisch absolut überzeugen kann. Sich durch die Verteilung aber leider ein paar unnötige Minuspunkte einfängt. Das also so meine Eindrücke zu der neuen Bonusliga Magitex Action Kollektion 2019. Was ihr von der Kollektion haltet, wie euch die Karten gefallen, das alles dürft ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich freue mich da über reichlich Feedback von euch. Natürlich auch über ein Däumchen nach oben für dieses Video, wenn ihr bisher noch nicht geliked habt. Und wenn ihr die weiteren Videos zu dieser, aber auch zu anderen Sticker und Trading Cards Kollektionen nicht verpassen wollt, ihr aber noch nicht regelmäßig dabei seid, dann abonniert kostenlos und unverbindlich den Kanal. Aktiviert die Glocke und dann werdet ihr benachrichtigt, sobald ein neues Video online geht. Würde mich freuen, euch dann alle beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann, macht's gut. Tschüss.